Die Bundesrepublik Deutschland besteht aus 16 teilsouveränen Ländern, die auch Bundesländer genannt werden. Thema dieses Films ist das Land Hessen. Es liegt leicht südwestlich verschoben in der Mitte Deutschlands. Im Westen grenzt es an Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, im Norden an Niedersachsen, im Osten an Thüringen und Bayern und im Süden an Baden-Württemberg. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.